Zahnimplantate sind eine beliebte Option F1,25 R Menschen, die auf der Suche nach einer langfristigen Lassung F1,25 R fehlende Z.A. nie sind. Sie bieten eine dauerhafte und nataleinviertelriche Alternative zu herausnehmbaren Prothesen und sind in den letzten Jahren immer haufiger geworden. Doch wie lange halten Zahnimplantate wirklich? Die Haltbarkeit von Zahnimplantaten HNGT von verschiedenen Faktoren ab, einschläheilig der allgemeinen Mundgesundheit des Patienten, der Qualität des Implantats und der Sorgfalt, mit der der Patient seine Z.A. nie pflegt. Im Allgemeinen kann in Zahnimplantate bei Ordnungsgema-Eierpflege ein Leben lang halten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Risikofaktoren die Haltbarkeit von Implantaten beeinträchtigen kann. Einer der Hauptgra-Einviertelnde F1,25 R das Versagen von Zahnimplantaten ist die Peri-Implantare-Enza-Einviertelndung, auch bekannt als Peri-Implantitis. Diese Enza-Einviertelndung tritt auf, wenn Bakterien um das Implantat herum entstehen und zu Knochenverlust F1,25 R rennen. Rauchen, schlechte Mundhygiene, Diabetes und bestimmte Medikamente kann das Risiko dieser Komplikation erhören. Um die Haltbarkeit Ihrer Implantate zu maximieren, ist es wichtig, regelma-eige Kontrollen beim Zahnarzt durchzufahren Viertelrenn und eine gute Mundhygiene zu praktizieren. Ein weiterer Faktor, der die Haltbarkeit von Zahnimplantaten beeinflussen kann, ist die Qualität des Implantats selbst. Hochwertige Implantate aus Titan oder Zirkonium sind langlebiger und weniger anfallig F1,25 R Korrosion und Bra 1,25 G. Es ist wichtig, dass Ihr Zahnarzt Implantate von Vertrauenswahr 1,25 Rigen Herstellern verwendet und A1,25 BER ausreichende Erfahrung und Fachwissen auf diesem Gebiet werfe 1,25 GT. Darer 1,25 BER hinaus spielt die Knochenqualität eine wichtige Rolle bei der Haltbarkeit von Zahnimplantaten. Ein gesunder Kieferknochen ist entscheidend FA1,25 R den Erfolg des Implantats, da er als Basis FA1,25 R das Implantat dient. Wenn der Knochen zu da 1,25 N oder zu schwach ist, kann dies die Integration des Implantats beeinträchtigen. In solchen FA-Len kann ein Knochenaufbau erforderlich sein, um die Haltbarkeit des Implantats zu gewahrleisten. Die Lebensdauer von Zahnimplantaten kann auch von der Wahl des richtigen Zahnarztes abhängen. Ein erfahrener und qualifizierter Zahnarzt wird Ihnen die bestmögliche Behandlung bieten und sicherstellen, dass Ihre Implantate richtig eingesetzt werden. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um einen Zahnarzt zu finden, dem Sie vertrauen und der A1,25 BER nachgewiesene Erfahrung mit Zahnimplantaten werfe 1,25 GT. Insgesamt sind Zahnimplantate eine hervorragende Lassung FA1,25 R Menschen mit fehlenden Zahninen, die eine langfristige und nataleinviertlerische Wiederherstellung bei 1,25 Lenschen. Mit der richtigen Pflege- und regelma-eigen Kontrollen beim Zahnarzt kann Ihnen Zahnimplantate ein Leben lang halten. Indem Sie die oben genannten Faktoren BERA ein Viertel sichtigen und eine gute Mundhygiene praktizieren, kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Implantate dauerhaft und stabil bleiben. Abschlieeint kann Ihnen wir sagen, dass die Haltbarkeit von Zahnimplantaten von verschiedenen Faktoren ab HNGT und von Patient zu Patient variieren kann. Bei richtiger Pflege- und regelma-eigen Kontrollen beim Zahnarzt kann Ihnen Zahnimplantate ein Leben lang halten und Ihnen ein nataleinviertlerisches Latschellen und gesunde ZA nie ärmer glichen. Wenn Sie sich FA1,25 R Zahnimplantate interessieren, ist es wichtig, sich von einem erfahrenen und qualifizierten Zahnarzt beraten zu lassen, um die bestmögliche Behandlung zu erhalten.